Wir haben Spiele bei Raging Rex 2. Am liebsten würde ich rechts nehmen, aber ich nehme jetzt mal die Mitte und gucken wir mal. Ja, wir brauchen Eier. Oh, Sauber. Zwei sind immer gut. Dieser drei Spiele hat. Ja, das war gut. Einmal Dreier. Der ist top. Komm, wir haben jetzt noch einen dabei. Das war super. Ja, komm, 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 komm. Wir haben da noch ein faules Ei, du Spanns. Neun Spiele noch. Das könnte eine Flatsche werden, Mann. Ja, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Weld. Beziehungsweise, ja, so zum Beispiel. Komm, wir haben einen Multi. Okay. Okay. Okay, wir brauchen die Flatsche. Ja, hier wird schon ein Sieben. Das ist schon gut. Klar, wenn man so überlegt, geht das immer besser. Aber das war schon mal gut. Ja, gut, Leute, kommt, ich mach mal auf Stop hier, ey, sonst bin ich hier am Aufnehmen ohne Ende, ey, so viele Dinge, was ich jetzt die letzten Tage gezockt hab, hier nach den 30K Win auf 40 Cent, das ist schon, äh, boah, ich könnte fast gar nicht mehr labern, Mann. Wo ich manchmal auch wenig gelabert hab, aber, ja, gut, das wird sonst ein bisschen viel. Komm, ich stimme euch die 37-Straße noch mit, vielleicht kommen wir ja nochmal back-to-back-mäßig rein. Bayern-Spiel gegen Frankfurt ist ja schon aus. Auf jeden Fall, erste Halbzeit wieder ein Megaspiel von Bayern, genauso wie gegen Leipzig, aber zweite Halbzeit, die lassen jedes Mal nachhaltig. Wenn die da für die Gegentore am Betteln sind, dann geht mir irgendwie auf den Piss. Aber auf jeden Fall Grüße an die ganzen Jungs aus Frankfurt, Adlerfront. Sympathische Truppe hier sowieso, allein wegen dem UEFA-Kab-Sieg da, oder rein generell auch. Muss ja ehrlich sein. Ich würde sagen, wahrscheinlich die besten Fans in Deutschland. Tun wir derzeit ein bisschen hier von anderen Sachen labern, solange nix kommt. Gebt doch das faule Ei, du Affe. Aber mit 6-1 für Bayern hätte ich auch niemals gerechnet. Ich hätte gedacht, das wird bestimmt so ein umgekämpftes Ding. Vielleicht 2-2 oder so. Aber gut, dann sollen die meiner Meinung nach... Alten, gibt doch vorne so ein Dings, Mann. Wenn die die dreckigen Madrilenen jetzt mal richtig wegfeuern, da wird natürlich mega, mega schwer. Aber fußballtechnisch gesehen gibt es nix. Meiner Meinung nach, ich weiß, viele von euch mögen auch Real Madrid, blablabla. Ich gar nicht. Ich hasse die Madrid-Mannschaften. Ob es Real ist oder Atletico. Atletico ist sowieso so ein dreckiger Trupp da. Und Real mache ich auch nicht. Mit Barca kann ich mich noch anfreunden. Aber die Madrid-Mannschaften, wie ich die hasse, ey. Hoffentlich machen die Frankfurter das da. Und das wäre Hammer. So, machen wir noch ein bisschen, bis 4, 8. Vielleicht kriegen wir hier und da nochmal eine Hoffnung. Wäre auch nicht schlecht, wenn mal der große Hayopay hier reinmarschiert. Damit man vielleicht schon jetzt. Das wäre gut. Hier Chance, ne. Wenn er da nicht kommt, der kriege ich auch noch einen Toll. Das wäre gut. Mosella muss man auch sagen, also für die Fußball-Interessierten. Mosella geht echt krass ab. So, mit dem wird man die Saison und Manet wird man auf jeden Fall lieb. Spaß haben hier. Wobei, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann muss man auch sagen, da kann Frankfurt auch froh sein, dass die keine 7, 8 Stück kriegen. Das wäre gut. Ein Gegentor kriegen können, da wo der 3 vor dem Tor steht. Aber sonst... Aber sonst... Ich habe jetzt weiß, aber... Jetzt gibt es einige. Zu spät, vielleicht. Das war... Das war zu spät, Mann. Okay. Da noch den Dicken rein, da will YouTube-Hosen. Komm, geh noch einmal rein, Mann. Das ist eine richtige Klebe jetzt wenig schlecht aus. Und jetzt... Aber wir spielen auch auf 7,50 Euro. Das ist so... Eine Plus. Und der Gebühren... 40 Cent oder was? 39, 40,000 oder so was? Aber dann lebt ihr den Dreh, bis sie auch noch Gebühren haben reinpflastert. was willst du denn nach vorne du Paxino mehr als beste Chance das bist du eben schon Chaos von 1.5 würde ich mal sehen, könnte eventuell sein von 1.5 würde ich mal sehen ja man, wie ich gesagt habe, jetzt kommen wir ja, nehmen wir nochmal Mitte ja und für alle, die wissen wollen, wo ich online am Peitschen bin denkt dran, WhatsApp Gruppe ist ganz unten angepinnt in den Kommentaren erst Kommentar braucht ihr nur auf den Link zu gehen seid ihr direkt in der Gruppe ihr selber könnt da zwar nicht schreiben aber da kommen jeden Tag die Infos, wurscht, zocke oder ihr könnt mich auch privat dran schreiben aber leider ohne Multi jetzt brauchen wir ein paar Eier her, komm ja, die Töße aufnehmen ja, die Töße aufnehmen ja, come on ja, wenigstens auch noch gekommen ja, miese Filme ja, wieder 57 ja, hier kriegst du 100 Mäuse das ist halt auch voll der Top hopp oder Top spiel ich ja, meine Musik 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 Ich werde jetzt auf jeden Fall kommen wollen, dass wir hingehen. Wenn man hier noch 100 Jahre warten muss, geht er noch um Piss, Mann. Normalerweise hätte er geben müssen, der Geier, nach dem miesen Topon gerade. Ich werde jetzt auf jeden Fall kommen. 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 Na ja, das ist kein Spielgeld noch. Das liegt so bei 4.8, das ist sowieso finito hier. Vielleicht könnte ich noch mal zwei faulen Eiern hier. Obwohl es gerade richtig mies aussieht. So, letzter Spin. Ja gut, meine Lieben, ich mach mal das Video dicht hier, dann guck mal wie es weiter geht.